Herzlich Willkommen zu dieser Hypnose-Anwendung zum Abnehmen. Sie hören eine echte Hypnose, produziert von einem Hypnotiseur mit 15 Jahren Berufserfahrung. Diese Hypnose enthält keine Rückholphase aus der Entspannung. Das bedeutet, dass Sie diese Hypnose zum Einschlafen nutzen können. Wenn Sie merken, dass diese Hypnose Sie müde macht und in einen tiefen und erholsamen Schlaf führt, lassen Sie Ihren Gefühlen freien Lauf und folgen Sie einfach meinen Anweisungen. Mein Name ist Ralf Lederer, Autor, Hypnotiseur und Produzent unter anderem des Sechs-Wochen-Programms zum Abnehmen mit echter Hypnose. Dieses Programm finden Sie übrigens in der Videobeschreibung oder angepinnt im ersten Kommentar. Hypnose verläuft in Wellenform. Sie bekommen zu jeder Zeit alles mit und werden sich zu jeder Zeit immer ruhiger und entspannter fühlen, je mehr Sie sich auf meine Worte einlassen und sich selbst erlauben zu entspannen. Es gibt kein hypnotisches Gefühl. Es gibt keinen Zeitpunkt, an dem Sie merken, dass Sie in Hypnose sind. Lassen Sie sich einfach auf meine Worte ein. Lassen Sie los. Lassen Sie einfach geschehen. Viele Wege führen zum Wunschgewicht mit Hypnose. Ein Weg ist die sogenannte Morpho-Illusion. Ein Konzept, das ich speziell für YouTube in verschiedenen Versionen produziert habe. Wenn Du nun bereit bist für den Nachtschlaf, dann mache es Dir jetzt bitte ganz bequem mit dem Wissen, dass diese Hypnose Dich früher oder später in einen tiefen und angenehmen Schlaf führen wird. Suche Dir jetzt einen Punkt irgendwo an der Decke. Fokussiere diesen einen Punkt und konzentriere Dich nur auf diesen Punkt. Schließe gleich bei der Zahl 3 Deine Augen, wenn ich es Dir sage. Eins, zwei, drei, jetzt Augen schließen. Sehr gut, Du kannst nichts falsch machen. Deine Atmung geschieht ganz von allein. Es atmet Dich. Richte nun Deine Aufmerksamkeit auf die Muskeln in Deinen Augenlidern und entspanne die kleinen Muskeln immer mehr und mehr. Lasse Deine Augenlider immer müder und schwerer werden. Entspanne Deine Augenlider bis zu dem Punkt, an dem Du weißt, dass sie so tief entspannt sind, dass Du sie nicht mehr öffnen kannst, wenn Du diesen Zustand der Entspannung hältst. Immer mehr und mehr entspannst Deine Augenlider bis zu diesem Punkt, wo Du selbst davon überzeugt bist, dass Du sie nicht mehr öffnen kannst, wenn Du diesen Zustand der Entspannung aufrecht hältst. Fühle Dich wohler und wohler. Deine Augenlider werden noch schwerer mit jedem Wort, das ich sage. Spätestens jetzt sind sie so tief entspannt, dass Du sie nicht mehr öffnen kannst, wenn Du es selbst willst, aber die Entspannung hältst. Du kannst es versuchen, es geht nicht, und Du kannst aufhören, es zu versuchen und noch tiefer entspannen. Jetzt. Deine Augenlider werden noch schwerer mit jedem meiner Worte. Lasse die Entspannung, die Du bis jetzt in Deinen Augenlidern erreicht hast, nun über Dein Gesicht fließen. Bis in Deine Schultern hinein, über Dein Rücken, in Deinen ganzen Körper fließt die Entspannung jetzt. Und Du atmest ruhig, tief und gleichmäßig, singst immer tiefer. Du lässt die Entspannung wie eine angenehme Welle durch Deinen Körper fließen. Sehr gut. Ich werde Dich gleich bitten, Deine Augen zu öffnen und wieder zu schließen. Jedes Mal, wenn Du dann Deine Augen öffnest, bist Du nur scheinbar, nur scheinbar wach. Und schließt Du Deine Augen wieder, singst Du doppelt so tief in die Entspannung als davor. Jedes Mal, wenn Du Deine Augen öffnest, bist Du nur scheinbar, nur scheinbar wach. Wenn Du Deine Augen auf mein Kommando wieder schließt, singst Du jedes Mal doppelt so tief in die Entspannung als noch davor. Achtung, Augen öffnen, jetzt Augen schließen, jetzt tiefer entspannen. Immer tiefer. Augen auf, Augen zu. Noch tiefer, sehr gut. Immer tiefer und tiefer loslassen. Geschehen lassen, wirken lassen. Je mehr Du loslässt, umso wohler fühlst Du Dich. Und noch einmal Augen auf. Augen schließen, jetzt. Zehnmal tiefer entspannt. Entspannen. Geschehen lassen. Vollkommen gelöst und frei. Geschehen lassen. Wirken lassen. Loslassen. Sehr gut. Und wenn Du meinen Anweisungen bis hierhin gefolgt bist, ist Dein Körper jetzt schon ausreichend entspannt und das Tor zu Deinem Unterbewusstsein so weit geöffnet, so dass alles, was ich sage, völlig mühelos und wie von selbst ein Teil von Dir wird, wenn es gut für Dich ist und es wird sich auf positive Art und Weise auf Dich und Dein Wohlbefinden auswirken. Du atmest ruhig, tief und gleichmäßig und lässt Deine Gedanken wie Wolken an Dir vorbei ziehen. Während sich das Tor zu Deiner inneren Welt immer weiter öffnet und Du Dir erlaubst, Dich immer wohler zu fühlen. Meine Stimme wirkt hypnotisch auf Dich und neben der körperlichen Entspannung gibt es die Möglichkeit, Dich noch viel tiefer geistig zu entspannen. Ich zähle gleich rückwärts von 5 bis 0. Mit jeder Zahl, die ich zähle, verdoppelst Du nicht nur Deine körperliche, sondern auch Deine geistige Entspannung. Ganz wie von selbst und Du fühlst Dich dabei wohler und wohler. Lasse gute Gefühle zu. Lasse diese Stimme Dich mehr und mehr entspannen. Du hast zu jeder Zeit die volle Kontrolle. Du entscheidest, wie tief Du gehst. Mit jeder Zahl, die ich aber gleich rückwärts zähle, verdoppelst Du Deine körperliche und geistige Entspannung mühelos. Fünf Vier Tiefer entspannt Drei Positive Gefühle fließen frei Zwei 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 Du fühlst Dich vollkommen wohl. Eins Du hast die volle Kontrolle und lässt immer mehr los. Null Tiefer entspannt Sehr, sehr gut. Ein gesundes Leben mit Selbstachtung und dem Willen, schlanker und immer gesünder zu sein, wird nun immer mehr zu Deiner Priorität. Du wirst alles, was ich in dieser Hypnose zu Dir sage, völlig automatisiert und tief in Dich aufnehmen, weil es Deinem Ziel der gesunden Gewichtsreduktion dient. Ein gesundes Leben mit Selbstachtung und dem Willen, schlanker und immer gesünder zu sein, wird nun immer mehr zu Deiner Priorität. Dinge, von denen Du dachtest, sie seien schwer, können so plötzlich immer leichter werden. Dein Wohlbefinden ist wichtig für Dich. Während ich weiter zu Dir spreche, beginnst Du gleich das Zählen rückwärts von 300 auf 0, aber nur so lange, wie Du kannst und willst, wenn ich es Dir gleich sage, beginnst Du rückwärts zu zählen von 300 auf 0 und mit jeder Zahl, die Du langsam rückwärts zählst, sinkst Du noch tiefer in Dein Inneres hinein und lässt weiter los und lässt weiter los, solange bis Du nicht mehr kannst oder willst. Ob Du die Zahl 0 erreichst, spielt überhaupt keine Rolle. Beginne jetzt zu zählen von 300. 200, 299 langsam, 298, zähle weiter von ganz allein. 297, 296, manchmal kann es passieren, dass Du eine Zahl überspringst. 295, völlig gleichgültig wirst Du immer tiefer entspringen. 293, deine Vorstellungskraft ist aktiviert, die Möglichkeiten Deiner Vorstellungen sind gesteigert. Alles, was ich Dir nun vorgebe, bist Du in der Lage, mit all Deinen Sinnen auf positive Art und Weise wahrzunehmen. Und zu spüren. Und meine Stimme redet weiter zu Dir, während Du Deinem Bewusstsein erlaubst, abzuschweifen. Vor Deinem geistigen Auge stehst Du nun am Ufer eines friedlichen Flusses, umgeben von den leisen Geräuschen der Natur. Die Sonne scheint angenehm warm auf Deine Haut. Ein sanfter Wind weht durch Deine Haare. Schon jetzt, in diesen ersten Momenten, fühlst Du eine Verbindung zur Natur. Eine tiefe, wohltuende Ruhe, die Dich komplett einhüllt. Du betrachtest den Fluss vor Dir, seine sanften Wellen glitzern im Sonnenlicht. Ein Boot am Ufer wartet auf Dich. Du trittst näher heran. Deine Füße sinken leicht in den weichen Sand. Du legst Deine Hand auf das Boot. Es fühlt sich warm und fest unter Deiner Berührung an. Du spürst die Maserung des Holzes und wirst daran erinnert, dass Du Dich jetzt auf einer inneren Reise zu Deinem Wohlfühlgewicht befindest. Diese innere, mentale Reise hat den Zweck, Dinge, von denen Du dachtest, sie seien schwer, nun völlig leicht und einfach werden zu lassen. Mit einem Lächeln auf den Lippen und dem Wissen, dass sich etwas positiv in Deinem Leben ändern wird, steigst Du in das Boot. Das Holz unter Dir fühlt sich stabil und vollkommen sicher an. Du nimmst die Ruder in die Hand. Sie sind glatt und kühl. Mit einem sanften Stoß treibst Du das Boot vom Ufer ab und gleitest auf den Fluss hinaus. Du beginnst zu rudern. Deine Muskeln arbeiten harmonisch zusammen. Du fühlst die Kraft in Deinen Armen. Du fühlst die Kraft in Deinen Armen, in Deinem Rücken. Jeder Ruderschlag ist ein Schritt auf Deiner Reise, ein Schritt in die Richtung Deiner Veränderung zu einem schlankeren und gesünderen Körper. Der Fluss trägt Dich weiter und Du lässt Dich von seiner Strömung leiten. Mit vollkommener Zuversicht und Optimismus weißt Du, dass diese Strömung Dich führt zu Deinem Wunschgewicht, zu einem neuen erfüllteren Leben. Die Landschaft gleitet an Dir vorbei, üppige Wiesen voller wilder Blumen. Majestätische Bäume, die hoch in den Himmel ragen, einfach wunderschön. Jedes Detail, jedes Element der Natur um Dich herum trägt zu Deinem Gefühl der Ruhe und Entspannung bei. Du atmest ruhig, tief und gleichmäßig. Meine Worte der Veränderungen erreichen Dich tief. Die Sonne ist nun hoch am Himmel und ihre Strahlen tanzen auf der Wasseroberfläche. Du kannst spüren, wie jede Zelle Deines Körpers mit Energie aufgeladen wird. Nun ist Zeit für Dich. Der Fluss trägt Dich weiter und Du lässt Dich von seiner Strömung leiten. Du fühlst Dich vollkommen wohl und Du sinkst noch tiefer in die Entspannung. Dein Unterbewusstsein weiß, wie es meine Worte zu deuten hat. Während das Boot weiter flussabwärts gleitet, nimmst Du die Ruder wieder in die Hand und spürst, wie das Wasser gegen die Ruder plätschert. Und Du wirst wieder daran erinnert, dass Dein Ziel es ist, an überflüssigem Gewicht abzunehmen und Dein Unterbewusstsein alles dafür Notwendige tun wird. Auch dann, wenn Du mit anderen Dingen beschäftigt bist. Du fühlst Dich mit der Welt um Dich herum verbunden. Du fühlst Dich ein Teil von etwas Größerem und bekommst von allem, das um Dich herum ist, eine innere, emotionale Bestätigung dafür. Es ist nun Zeit, Deine innere Uhr, Deine innere Reise und Deinen Fokus immer mehr auf das Verlieren von überflüssigem Gewicht zu fokussieren. Das geht ganz von allein. Du lässt das Boot an einem sanften Ufer anlegen und steigst aus. Der Boden unter Deinen Füßen ist weich und kühl. Das Gras tickelt Deine Knöchel. Das Tor zu Deinem Unterbewusstsein ist weit geöffnet und alles, was ich sage, wird genauso eintreffen, wie ich es sage, wenn es gut für Dich ist und Dir beim Abnehmen hilft. Du blickst zurück auf den Fluss, auf den Weg, den Du gekommen bist. Du spürst eine tiefe Zuversicht und Zufriedenheit in Dir. Ein Gefühl, das Du vielleicht so schon lange nicht mehr hattest. Du weißt, dass Du die Kontrolle über Dein Leben hast. Dass Du die Fähigkeit hast, Dich zu verändern und zwar völlig mühelos mit der Hilfe Deines Inneren. Veränderungen, die dazu notwendig sind, an überflüssigem Gewicht auf gesunde Art und Weise zu verlieren, sind bereits in Dir am Arbeiten. Du bist bereit, weiterzugehen. Bereit, die nächste Phase Deiner Veränderungsreise zu beginnen. Du gehst durch das Gras. Deine Füße folgen einem Pfad, der sich durch das Tal windet. Du hörst das Zirpen der Grillen, das leise Rascheln der Blätter im Wind. Die Geräusche der Natur bilden eine beruhigende Melodie, die Dich auf Deinem Weg begleitet und Dich daran erinnert, dass auch Du Teil der Natur bist. Dieser großen Schöpfung, die für alles gesorgt hat, die genug gesunde, kraftschenkende Nahrung schenkt. So dass man auf jene Dinge verzichten kann, die dazu gemacht wurden, den Geschmack zu pushen, von denen Du jedoch weißt, dass sie künstlich und nicht gut für Dich sind. Der Pfad führt Dich zu einem klaren, stillen See. Du betrachtest Dein Spiegelbild im Wasser. Schaue Dich an. Du siehst eine Person, die Du liebst und respektierst. Du lässt nur noch gute Gefühle jetzt zu. Schaue Dich an. Du siehst eine Person, die bereit ist, sich selbst an die erste Stelle zu setzen. Eine Person, die bereit ist, Veränderungen zuzulassen und aus sich selbst heraus entstehen und wachsen zu lassen. Dinge, von denen Du dachtest, sie seien schwer, werden in Zukunft immer leichter für Dich sein. Du kommst an einem kleinen Bach vorbei. Sein Wasser glitzert im sanften, magischen Licht der untergehenden Sonne an diesem wundervollen Ort. Du kannst die Frische des Wassers förmlich riechen. Du kniest Dich hin und tauchst Deine Hände in das frische, kühle, angenehme Wasser. Und auch jetzt siehst Du Dein Spiegelbild. Und wieder erkennst Du diese veränderte Person. Du erkennst Dich selbst stärker, gesünder, schlanker und viel, viel glücklicher als davor. Ein wunderschönes Gefühl mit diesem wunderbaren Anblick breitet sich mehr und mehr in Dir aus. Wohl fühlen, schlank sein, gesünder sein werden neue Ziele in Deinem Leben. Wann immer Du mir zuhörst und auch danach wird sich Dein Inneres auf Dein Wunschgewicht, auf Deine Emotionen und das Glücklichsein auswirken. Du lächelst und atmest tief ein, füllst Deine Lungen mit purer Energie. Du fühlst Dich leicht und fühlst Dich frei. Du nimmst all diese positiven Dinge ganz tief in Dich auf. Dieses neue Ich, dieses schlankere und glücklichere Ich, diese wunderbaren Gefühle von Zuversicht und Motivation. Du kehrst zurück zu Deinem Boot, das immer noch am Ufer des Flusses liegt. Du steigst ein und lässt Dich von der sanften Strömung einfach mitnehmen. So leicht und unbeschwert treiben, wie das Abnehmen von überflüssigem Körperfett in Zukunft für Dich sein wird. Denn Dinge, von denen Du dachtest, sie seien schwer, sind jetzt in Bezug auf das Abnehmen viel, viel leichter für Dich. Der Fluss trägt Dich mühelos, so wie die Motivation und Zuversicht Dich in Zukunft mühelos zu Deinem schlankeren Ich führen wird, so wie die Motivation und Zuversicht Dich auch in Zukunft zu Deinem Wunschgewicht führen wird. Die Sterne über Dir leuchten hell. Du atmest tief ein und aus. Du fühlst, wie jede Faser Deines Körpers sich noch mehr entspannt. Während Du diesen Fluss hinuntergleitest, nimmst Du Dir einen Moment Zeit, um auf die Reise zurückzublicken, die Du unternommen hast. Jedes Hindernis, das Du überwunden hast, das völlig von selbst durch das Anhören dieser Hypnose in Dir aufgelöst wird, weil Dein Unterbewusstsein meine Botschaften verstanden hat. Jede Herausforderung, die es so in Zukunft nicht mehr geben wird, weil Du viel müheloser, viel, viel weniger, aber qualitativ höher essen wirst, hat dazu beigetragen, Dich zu der Person zu formen, Dich zu diesem Moment zu führen, den Du bewusst vielleicht schon jetzt aufgrund Deiner Entspannung nicht mehr nachfolgen kannst, die aber dafür sorgen wird, dass Du stärker bist und selbstbewusster bist und völlig mühelos immer das Richtige im Bezug auf einen gesunden und schlanken Körper tust. Als das Boot schließlich wieder am Ufer anlegt, steigst Du aus und stehst auf festem Boden. Du atmest die frische Luft, Du atmest die frische Luft, Du bist am Startpunkt dieser Reise angekommen, aber Du bist nicht mehr dieselbe Person, die Du warst, als Du diese Reise begonnen hast. Irgendetwas in Dir hat verstanden, sodass alle Dinge, von denen Du früher dachtest, sie seien schwer und die Dir helfen sollten, an überflüssigem Gewicht abzunehmen, jetzt so funktionieren werden, mit jedem Hören meiner Hypnosen, dass Du völlig nebenbei auf all jene Dinge verzichten kannst, von denen Du weißt, dass sie schlecht und nicht gut im Bezug auf das Abnehmen sind. Der Kompass in Dir, die Orientierung und Motivation, nun endlich und endgültig an überflüssigem Gewicht abzunehmen, ist gestellt. Und auch dann, wenn diese Hypnose vorbei ist, erinnerst Du Dich, intuitiv, auch dann, wenn Du nicht mehr dran denkst, an jene Botschaften, die ich Dir heute metaphorisch in Bezug auf das Abnehmen gegeben habe. Erlaube Deinem Bewusstsein, jetzt loszulassen, einfach komplett loszulassen. Erlaube Deinem Bewusstsein, zu schlafen, Denn all jene Dinge, die Du nicht beeinflussen kannst, die jedoch ausschlaggebend für Deinen Erfolg beim Abnehmen sind, laufen auch in Dir weiter, wenn Du schläfst oder andere Dinge tust. Lasse loszulassen, erlaube Deinem Bewusstsein, zu schlafen, fühle Dich wohl und behütet. Alles, was ich sagte, wird genauso eintreffen, wie ich es sagte, wenn es gut, gesund und in Deinem Interesse ist, völlig von selbst. Wenn Du schläfst, das war, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020